Das heißt, wir machen das immer so ein bisschen bischisch und satt, das waren drei Fische verlegen. Bitte schön, einen hat sie noch. So, das der auch nicht. Das heißt, oft ist der Fische auf dem Meer gefangen mit Netzen. Diese Netze, wenn ich die Kanäle aber nicht sehe, das heißt, wenn ich sie vor der Schwarm fliegen dann in diesen Fischstamm hinein, bleiben die Netzen, hängen dann ein ordentliches Problem. Vielen Dank. Das war's für heute. Vielen Dank.